ist okay für euch wenn ich aufnehmen ja ja du darfst aufnehmen du kannst meinetwegen auch den text runterspielen herzlich willkommen heute beim mouse gaming tv wir probieren heute unsere stanz challenge mit neuen loopings auf meiner seite ein recht herzliches willkommen zu einer neuen folge von gta online und wir stellen es nur bedämmter da ich habe hier eine super start gekriegt eine runde habe ich extra für euch da vorne geht es auch schon los ich bin über die europäische ich bin über die europäische die siegenden explodiert ist nun nicht nur ich bin es ja auch explodiert ich jetzt fast ordentlich einsteiger achtet ist ja noch mit dem worden ja Ja, Looping und dann Wallride. Hoi, was nix. Äh... Okay... Jeeeee... Ja, dann muss ich da doch mal eine Ego-Perspektive... Wo, falsche Richtung? Hä? Wie soll das denn funktionieren? Man muss... Ja, 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 ja... Oh, ich hab den Check heute noch gekriegt. Ich hab's grad so geschafft. Oh... Ego-Perspektive war bei mir die Lösung. Also doch, okay, dann probier ich das auch mal. Oder? Warte mal. Ich dachte, ich hab ihn gekriegt. Darf ich jetzt echt noch mal? Hm. No, das war wohl nichts. Also den Checkpoint hätte ich wohl doch nicht gekriegt. Hatte sich wie wupp angehört, aber war kein wupp. Also ich flieg hier immer rüber. Ähm, da muss man ganz kurz Radio ausmachen, war irgendwie an. Hm. So. Ego. Egoistensicht. An... Oh. Ui. Das Spiel ist mal wieder abgekackt. Oh. Nicht. Ey, klatscht da mal jedenfalls volle Kante. Selbstmord. Oh, da neben. Hm, gar nicht so einfach. Das Schlimme ist oben der Dings noch. Doch,usto. Nein, nein, nein. Scheiße, sorry. Kein Problem mit noch einem Anlaufindungen. Moment. tiedälle Dann hat Jamaican dove ist jetzt Frau Gisgaard der ist pur zu Tod wahrscheinlich bei Allem weil heute Einträge until orno können erst wo war da oben ist die Kapitänische kriegt ja so ging es mir auch Falsche Richtung aber ich hab's geschafft ich hab den Wohlheit geschafft aber den Checkpoint nicht gekriegt und auch zweimal die hat selbst gemacht ja ach komm ich hab den Checkpoint ich hab ihn ja ich hab den Checkpoint ich hab ihn das kann man nicht auf uns sitzen lassen oh ey dritte Mal nee du bist so scheiße dass ich nur ein anderes eingestellt habe ja das ist nicht scheiße das ist eine Herausforderung äh Fabio ich siege hier drüber Abend wir sind gerade in der Aufnahme also zur Info-Matione und du kommst heute nicht mehr rein ich mag den Weich ich hätte mal das sehen wenn ich es vielleicht geschafft leider heute nicht mehr ich bin einfach ne also mein Auto ist dafür nicht eigen so ich bin ja da ja aber man muss ihn richten man muss auf die leichte Linie errichten komm hier ist das Ziel am Start ist das Ziel am Start ist das Ziel der Weg ist das Ziel die Letzten werden die Ersten sein oh jetzt bei jedem Ziel sind drei na gut da kann ich euch zugucken noch bin ich nicht am Brötchen ich nehme mal ein bisschen mehr anlaufen mal gucken vielleicht klappt ja denn nun heute ist auch die da war du mal ruhig vor ja da vorn ist ein kleiner Hügel da komm ich mit dem Einfachen Ding hinüber da wusste man abgelenkt also ich zumindest ja ja ich weiß was du meinst ja die Geschwindigkeit und Ideali ja meiner ist zu flach das ist echt eine Glückssache ganz ehrlich versuchen noch dreimal und würde sagen dann darf der Dünner zu durchs Ziel ich bin schon im Ziel wollte ich nicht aber ich wollte ich wollte eigentlich noch mal den Stunt fahren am Ziel vorbei aber als ich da durchfahren wollte ist es dann irgendwie doch aktiviert worden also ich würde mich auch dann wieder ausklinken tu das ja dann wünsche ich eine gute Nacht ja nein ey lol wo bin ich denn da ja gute Nacht Fabi gute Nacht weil ich einfach ich bin fertig heute morgen wieder ok ja tschöö tschau das gibt's doch nicht das ist doch das muss doch das Problem ist einer von uns muss er wenigstens noch durch ich bin eben mal durchgeflogen durch die Ursula die Ursula einer von uns muss ich einfach schaffen ne damit die Zeit abläuft also ich hab's übrigens ohne Ego Perspektive gemacht ne ja mach ich jetzt auch ich hab mir gekriegt das komm mit nicht hei aufs Haus ne nicht ganz nicht ganz ich bin auch einmal rüber übers Haus und bin genau an der Kante hängen geblieben ich versuch's nochmal am Dach egal oh lol ja du darfst doch nicht von der Ideallinie runter ja 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 bock 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 jetzt ein bisschen höher nach rechts lenken müssen ich bin dann immer gerne immer da rausgeflogen ne ich sagte das ist eine Mischung aus Ideallinie und Geschwindigkeit und man braucht aber auch Geschwindigkeit sonst kriegt man den Checkpoint nicht ja ey ich hab's schon fast ein Checkpoint ne ganz knapp ich bin unten drunter geflogen jetzt weiß ich aber wie geht ich hab ihn ja seh gut aus ja 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 Monk nein du schaust das ohhhh so knapp wirklich so knapp ich hab den Dreh raus baby hast du den Checkpoint erwischt? na klar ja sehr schön den Fahrruchens Ziel kein Thema dann läuft die Zeit dann ab ja ok vielleicht wissen wir das ist eh ne Runde oder? ja da kommt jetzt nicht mehr 4 du bist in Position 2 von 3 weil ich erster bin und Monk letzter ach du bist schon ich bin schon im Ziel ja 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 weil uns die ganze Zeit zuschauen für die Folge ist ja dann auch bisschen blöd oder? ah das passt schon hm hm ok haben wir hier noch ein bisschen Monk Man Gameplay ohhhh warte mal kurz zum Stevie wechseln das gibt's ja nicht bist du schon im Geschadens Stevie durch den Ding durch? naja da ist ja das Ziel so Monk hast nicht mehr viel Zeit hm ne doch 7 Minuten 8 Minuten wir kommen es nur auf die Idee ne noch 18 Sekunden die Zeit läuft ab Zeit 8 Minuten? achso ja ja 8 Sekunden Uiuiuiuiuiuiuiui Ne das ist ganz schön guck mal ja alter das ist ja genial hast du das aufgenommen das kommt schon weg ja das hat noch keiner geschafft durch zurück ins Ziel geflogen naja Die beendet. Schön, schön, schön. Oh, ein Millimeter vorm nächsten Level. Ein Millimeter. Oh Gott, ich war immer noch nicht im Kleidungsgeschäft. So. Rein in die Toilette. Was? Ich bin der Niedergefallen. Das ist ja gar nicht. Das ist ja mal, jetzt verstehe ich auch den Titel. Ja. Und spülen. Ah, bist du runtergespült, Monkey. Ja, da droht es jetzt schon hier. Oh. So. Der Stevie ist auf Platz 1, hm? Nicht mehr lange, mein Freund. Ja. Ey. Scheiße, wo geht es hier weiter? Es ist immer schön, wenn ich so weit höhere gehöre, damit die Chance noch aufzuholen. Ach, natürlich. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Ach, da. Da geht es. Ach, da. Oh, ja. Geil. Äh. Da hab ich bin falsch. Oder? Nee, ich bin doch richtig. Das haben wir gerade überlegt und wird dort die Menschen, aber. Das ist ganz schön verheftigt. Jo. Boah. Eh. Na. Ja. Nein. Ich krieg dich, Mogman. Ich krieg dich. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Er kriegst mich. Oh, nee. Noch nicht. Doch, also, bin stolz. Der T20 ist kein U-Boot. Ja, ich bin da irgendwie falsch abgebogen, ne? Ja, ja, du warst der Elan. Das war natürlich nicht wie der Elan, ich muss ihn kriegen, ne? Ja. Egal, ich krieg dich trotzdem noch. Ja, für Elise. Und die Wiese da vorne so einsam und da hat sich scheiße, Alter. Wieso? Kommt da noch was geiles, viel Spaß. Ach. Okay. Uiihihi. Ey, kacke. Na ja, ja. Da geht die Rutsch hoch. Auf allen vieren aufkommen. Jawohl. Einfach auf allen vieren aufkommen. Ja. Ja. Also, nicht mit vorne, wie ist es da so einsam? Ja. Nein, oder? Wieso war Stevie noch nicht im Ziel? Weil er explodiert ist. Er ist wahrscheinlich mit Schnauze oder Hintern aufsitzend. Ja, ich wusste nicht, was ich da machen soll. Weißt du? Hm. Ich bin da einfach hochgehüppelt, Junge, und dachte mir, naja, irgendwas wird schon kommen. Ja, ich hab noch nach unten geguckt. Ah, Checkpoint, okay. Boing. Fährt man einen Vorsprung raus und dann ist man doch der im Arsch ein Kniff. Nein, du. Ja, ja. Ist ja immer so. Los, 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 los. Aber die T20, die liegen ja super. Ja, doch. Hätt ich nicht gedacht, weil nur der kleine Spoiler hinten drauf und die kleine Verkleidung, ja, nix. Na ja, okay. Na gut. Dann müsste ich mir das mal überlegen. Ja, schon wieder. Toll war Spaß. Ich würde mich ja meinen, den Zutfinder eigentlich.